Hallo meine Freunde des gepflegten Kartenträns, hier ist Wiederholis Kartshop. Bald ist es soweit, bald bricht die Zeit an. Halloween steht vor der Tür und bei uns ein Turnier. Die Karten sagen mir, dass am 31. diesen Monats ein Halloween-Turnier stattfindet, zu dem ihr alle kommen sollt. Der Eintritt beträgt 10 Euro, aus ihr kommt ein Kostüm, dann sind es nur 8. Zusätzlich gibt es für die besten drei Kostüme einen Preis. Jedoch sollt ihr nicht den solch billigen Klischee haften, ich hab ein T-Shirt an. Nein, ihr sollt euch gescheit verkleiden, auf das ihr dem großen Höllenfürsten alle Ehre macht. Ja, so ist es, so ist es. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, bereitet euch auf das Ende vor. Oldies Kartshop wünscht euch ein angenehmes Wochenende. Ja! Ja! Ja!